Im Amts Schradenland wird die Fahrbahn der Kreisstraße K6203 zwischen den Orten Hirschfeld und Strauch in Sachsen erneuert. Dafür ist es erforderlich, die drei Kilometer lange Strecke ab dem 21. Februar komplett zu sperren. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis zum 30. Juni 2022 andauern. Bis dahin sollen die Arbeiten an der Fahrbahndecke abgeschlossen sein. Eine Umleitung erfolgt über die Ortschaften Großteamich, Weißig, Oelsnitz, Skessien und Übigau und wird zeitnah ausgeschildert.